große stadt hier kann man wirklich keine samurai ausbilden wirtshaus und da war repariert die haben das reparierte ding jetzt aber die haben wahrscheinlich rebellierte das ok ich werde es mir merken spanier lassen uns nicht mit zu ernst bescheaten gegen uns und ihr geht weiter können wir hier noch irgendwas ausbilden sind alle wieder so teuer ja viel zu ihr doch am besten hier und mal schaut dass sie nicht zu viele einheiten runterkommen und hier haben wir alle bewegt nein nicht da ist nichts los dieses schiff hier noch ok also pf ist noch eine siedlung müssen wir uns merken aber sehen wir glaube ich dann auch jetzt haben wir doch irgendwo noch eine armee wir haben beide wir haben nur zwei wir haben dann nicht vergessen einen turm hier unten zu bauen damit wir besser sehen ah nein der turm wieder eingenommen stimmt schade ob hier drinnen irgendwas ist ob da kommen wir nirgends und wir gehen mal zu den russen also müssen wir speichern und nächstes nächste runde so und eine neue braut sehr schön seite vernichtet königreich polen oh die polen die können nicht mehr klauen mensch jetzt nicht so böse sein drago ja kapitän kein wind mehr kapitän es ist mir eine ehre euch zu dienen her natürlich so was haben wir denn da neues arminen endlich die erhofften einträge und Bürgermeisterplast natürlich sehr wichtig und das ist jetzt eine komische musik die verwaltung in fladivostok in shen yong shen yong, wie geht's euch? pagode, sehr wichtig priester, diplomat kriege klärt, königreich ungarn und heiliges römisches reich und hochzeitsfeierlichkeiten ähm, das ist mit mauer automatisch siedlung aushauen ähm, kann das sein, dass diese musik auswärter vorkräft ist? das ist genau die musik, die, wenn man, wenn es ladet ok, dann haben die wahrscheinlich die gut gefunden und haben sie nicht modern gebaut wenn sie sie überhaupt dürfen ok, ich höre gerade die musik ich finde sie noch schön das ist auch schön ähm, das ist der der Kaufmann 31% ist ein bisschen schlecht hier ist nur unsichtbar hier könnten wir 23% noch schlechter ok, ähm ja, da brauchen wir wahrscheinlich einen Spion gehen wir woanders hin und hier geht's hier nach oben und hier nach unten ok, dann schauen wir diese Siedlung noch an müssen wir so machen, sonst sieht es dann nicht mehr und hier unten gehen wir mal entlang noch die andere Siedlung anzuschauen die ist wahrscheinlich hier irgendwo und diese blöde Spanier müssen dann noch vertrieben werden also dann ist wichtig, dass wir vorherzumachen können, wenn wir die zurückdenken, dann gehen müssen die brauchen schon 3-4 Runden ja shit wieso sind dann so viel herausgekommen das sind doch niemals alle Bürger also das sind doch niemals so viele, wenn die Bürger zum Krieg führen wegen den Revolten ach, das ist so scheisse in diesem Spiel okay, auch nicht so viele wahrscheinlich sind die schon weiter runter gegangen ich schlage hier mein Lager auf Fruchtfolge und jetzt die Ausbordellbewässerung Jahrmarkt Jahrmarkt und in Peking dann lassen wir mal lassen wir mal so, mal überlegen Langschiff sind die wenigsten Kriegsgalere wir machen eine Kriegsgalere hier hier ist überall keine Stadt und die ist immer noch ein Dorf ja, Rebellendorf ok ok es sind nicht viele Leute ähm hier unten und dann dieses Schiff noch also die haben wir da kommen die Spione hier oben dran ähm den haben wir schon den haben wir auch schon ok den haben wir noch nicht und ja dann sollten wir eigentlich hier noch ein paar ausbeten aber natürlich haben wir keine zum ausbeten so Geld haben wir eigentlich relativ genug yo J16 ähm Waffenstillstand angeben Handelsrecht euer Angebot ist absolut ehrenhaft Fernbündnis ist der Ruf halt noch nicht so gut und wir haben ah unser Ruf ist zweifelhaft und der Ruf Ding ist unzuverlässig das ist natürlich klar und Bankrott, Gegner Mongolen aha ich hoffe wir können dann bald ein Kriegsbündnis machen und mit dem gehe ich jetzt weiter nach links wir sind wieder die grösste Seite so jetzt haben wir hier sicher das Schiff jetzt machen wir natürlich bisschen Radau ähm so dann geht ihr natürlich wieder hier hin da können wir mit zwei Schiffen halt runter so ähm das ist blau da müssen wir schauen nachher noch ähm Human in Human wäre eine Stuba gut und und hier könnten wir noch einen Dimmelob Mart alles beten ähm ja hier haben wir keine Dinger ja ja das ist wichtiger ja das ist wichtiger natürlich ist das wichtiger keine Soldaten so so jetzt müssen wir aber schauen dass wir nicht zu viel belagert werden die nehmen und die nehmen natürlich uns das Reich dann wieder probieren sie wieder ein und unser Kaiser wünscht euch den Tod gut ich geh nach oben komisch lalalala und hier ist und hier ist Adele Lane da können wir eigentlich schauen was noch hier in der Wüste ist lassen wir den Spion hier und gehen mit dem Schiff hier nach oben ähm könnten wir eigentlich hier irgendwo gehen wir hier hin so eben die Schiffe werden hoffentlich nicht angegriffen hier müssen wir runter stellen eins und bilden wir hier noch ein paar Bogenschützen aus so ich hoffe ich habe jetzt alle bewegt hier hier haben wir auch bewegt der hier geht am besten hier runter sieht sehr viel heute mhm ja ja ok wir haben schon viele Handelsrouten hier unten hat noch keine ja ich hoffe das Reich wird sich dann noch prächtig entwickeln und ähm ja wir sind eigentlich erster Platz also wir können ruhig ein bisschen chillen machen wir aber nicht wir wollen zumindest die Hälfte hier schon haben bevor wir dann richtig Radau machen und ja vielleicht warten wir danach ein bisschen je nachdem ok und wenn ihr weitere Vorschläge habt oder so dann dürft ihr die gerne mir unten in die Kommentare schreiben und ähm ja danke für die zwei die sich da tatkräftig ähm ja unterhalten mitteilen und ja und jo so bis zum nächsten mal dankeschön und tschüss 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 tschüss